Fußball 2000, Alarmstufe Red. Ich konnte nicht nichts sagen über die Vorgänge, die da in Schalke passieren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Da muss man ja fast sogar ein bisschen zurückgehen, als man gedacht hat, auf Schalke ist die Kacke am Dampfen, als Tennis diese merkwürdig rassistischen Aussagen getätigt hat und danach softe drei Monate nur gesperrt wurde und man gedacht hat, man kriegt dieses Thema vom Eis. Gut, dass die Fans da hinterher geblieben sind und es am Ende dazu geführt hat, dass Tennis einfach nicht mehr haltbar war. Da hatte ich schon sehr großen Respekt für die Fans, die in Schalke. Jetzt muss ich sagen, ihr werdet jetzt nicht hören wollen, gerade nicht von dem Frankfurter. Jetzt habe ich ein bisschen Mitleid mit den Fans auf Schalke, weil was da passiert, wenn man dachte, dass das mit Tennis, das ist der größte Abfahrt bei Schalke, alles klar überlebt man irgendwie durch coole Statements in die andere Richtung. Dann wurde immer ein bisschen gesagt, ja die Fans sind so unruhig auf Schalke, das ist hier ein schwieriges Umfeld, da kann der nicht arbeiten, da kann der nicht arbeiten, zählt irgendwie nicht. Jochen Schneider kommt dahin, sehr spezieller Freund von mir, Handballfan, wie ich einen anderen Alarmstuf Red feststellen durfte, hat sich angefangen mit Reschke zu streiten, David Wagner war dort Trainer, Marcel Reif hat gesagt, Manuel Baum ist eine gute Idee. Diese ganzen Dinge, die da passiert sind in dieser Saison, die sind ja beichspiellos. Schalke ist keine Mannschaft, die schlecht in Form ist. Schalke ist keine Mannschaft, die sehr, sehr viel Pech hat. Schalke ist eine Mannschaft, wo alles am Arsch ist. Das ist eine unfassbare Katastrophe. Und man hat das Gefühl, niemand fühlt sich verantwortlich dafür. Und das würde mich als Fan, gerade in Zeiten von Corona, was man ja auch sagen muss, Die armen Schalke-Fans können nicht mal ihren Unmut äußern. Die müssen zu Hause sitzen und schauen, wie diese Dilettanten diesen großen Verein komplett vor die Wand gefahren haben. Und wie gesagt, das ist keine Formschwäche. Die haben den vor die Wand gefahren. Schalke 04 ist vor die Wand gefahren worden, von ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, die jetzt plötzlich alle rausgeschmissen wurden und von denen du gar nichts mehr hörst. Und was man auch nicht hört, weil Corona keine Fans da sind, sind diese Versuche, die oft gestartet werden, Liebe Grüße nach Hamburg, Liebe Grüße nach Hannover, Liebe Grüße nach Stuttgart, in solchen Situationen dann die Schuld auf die Fans zu schieben. Weil wir kennen sie alle, die Bilder, da wird ein Bus blockiert, wir kennen die Schwarzen Rauch aus Köln, wir kennen dies in Hannover. Da wurde dann immer, und das wurde teilweise geschafft, das muss man sich mal vorstellen, das wurde teilweise geschafft, das komplette Versagen dieser Herren auf die Fans abzuwälzen, weil die dann an irgendeiner Stelle ein bisschen übertrieben haben in ihrer Kritik. Das hat nicht funktioniert, ich habe keinen einzigen Artikel gelesen. Wo bleiben die Artikel? Ultraaufstand zerstört Schalke. Verantwortliche können nicht mehr ruhig arbeiten. Ich glaube, so ruhig konnte der auf Schalke noch nie arbeiten. Vielleicht ist das gar nicht gut, wenn ihr ruhig arbeiten könnt. Was ist denn los bei euch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und was Jochen Schneider dafür nur mal abgezogen hat. Die Kommunikation über die neue Pressesprecherin. Darum wurde die Info, Daniela Ulbing wird neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation erst am 8.2.21 offiziell auf der Vereins-Homepage veröffentlicht, obwohl sie schon seit dem 1.2. im Amt ist. Jochen? Machst du? Jochen, machst du? Ja, das haben wir da, Armin ist Bekannte gegeben, habe ich jetzt gar nichts ganz vergessen. Ich habe gar keine Ahnung. Dann holen die vier fucking Trainer in einer Saison. Und dass Christian Groß eventuell nicht mehr State of the Art ist, hätte man auch vor dessen Verpflichtung ahnen können, genauso wie, dass Manuel Baum nicht der Richtige ist, der so ein unruhiges Umfeld, wie er es ja immer sagt, dann befrieden kann. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und selbst das ist alles. Und man kann Fehler machen. Und alles Mögliche. Was ich am allerkrassesten finde, was auf Schalke gerade passiert, wird, dass niemand von diesen Verantwortlichen den Arsch in der Hose hat, sich bei den Fans, denen der Verein alles bedeutet, einfach zu entschuldigen. Ich bin sprachlos, dass das nie passiert. Weil Fans wird so viel vorgeworfen immer. Ihr seid so Radau-Macher, ihr macht dies, ihr macht das. Was mit Schalke angetan wurde und damit den Fans, weil die Vereine sind die Fans, da macht euch mal nichts vor. Da ist keiner dabei, der sich mal hinstellt und sagt, ich habe die Verantwortung, es tut mir leid. Nee, die werden jetzt da damit alleine gelassen und kurz egoistisch werden. Für mich ist es auch scheiße. Was mache ich denn, wenn Kiel und Fürth aufsteigen und Schalke und Köln hauen ab? Dann habe ich am Wochenende bald gar nichts mehr zu tun, außer die Eintracht zu schauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und auch ein Appell an diese Mannschaft. Was ist denn mit euch? Dieses ganze unfähige Umfeld, was ich probiert habe zu beschreiben und ihr merkt, ich schaff es nicht. Ich bin zu weit weg. Das heißt, was ich äußern will, ist mein Unmut darüber. Aber diese Mannschaft, Leute, ganz im Ernst, dann trefft euch mal ohne Trainer, geht einen Sorfen und klärt bitte, was in dieser Mannschaft los ist. Weil das ist keine Formschwäche mehr. Da stimmt irgendwas komplett nicht und ich bin sprachlos, dass das bis heute keiner herausgefunden hat und dass die Fans auf Schalke damit alleine gelassen werden und zu Hause das ertragen müssen und wahrscheinlich dieser große FC Schalke mir eine Auswärtsfahrt klaut und den Fans teilweise ihren Lebensinhalt. Wahnsinn! Appell an die Verantwortlichen. Wenn man schon so eine Scheiße baut, kann vielleicht passieren, ich weiß gar nicht die Gründe, warum ihr das vielleicht mal, vielleicht hat einer von euch private Probleme, ich habe gar keine Ahnung. Aber dass da nicht sich einer hinstellt und sagt, Leute, es tut uns leid, was wir mit Schalke gemacht haben, dass das nicht stattfindet, finde ich krass. Krass wäre es auch. Ich versuche es jetzt abzuleiten, weil ich bin echt sprachlos. Abonniert uns bei Instagram. Fußball 2000. Glocke drücken. Abonnieren. Schreibt Kommentare, liebe Schalker. Vielleicht habe ich euch auch sauer gemacht, weil ich gar keine Ahnung habe, was bei euch los ist. Es ist mir im Endeffekt egal. Es musste raus, weil neben dem HSV und wenn jetzt Köln auch noch verschwindet und die auch noch lang sind, wird die Bundesliga langweilig. Wahrscheinlich spricht aus mir auch nur die Verzweiflung, dass die Bundesliga scheiße ist. Also eigentlich würde ich sagen, get your shit together, aber ich glaube, das ist schon zu spät. Ciao, ciao. Ihr probiert seit Jahren und keine Grüße an Herrn Keuter, der sehr ganz, ganz merkwürdige Kampagnen fährt mit We try, we fail, we win. Dann kniet ihr euch publikumswirksam hin. Dann twittert ihr Barack Obama an. Ihr habt eine eigene Schriftart erfunden. Leute, vielleicht solltet ihr mal ganz am Anfang anfangen, worum es im Fußball geht und das ist Fußball spielen.